Frohe Weihnachten! Was du Tolles zu dieser wunderschönen Jahreszeit gewinnen kannst, das siehst du wie immer nach dem Intro. Endlich ist es soweit! Es ist Weihnachten! Für diesen absolut tollen Hintergrund bin ich hier extra zwei Stunden mit dem Auto hingefahren, denn bei uns liegt eben kein Schnee, aber ich meine es muss sich auch lohnen. Hast auch du die Nase voll von einem überaus langweiligen Tannenbaum? Doch das muss nicht sein, denn jetzt kannst du eine von drei McDonalds Weihnachtsgurken gewinnen! In einem wunderschönen Design und absolut weihnachtlich! Worauf wartest du also noch? Schreib jetzt Hashtag Weihnachtsgurke in die Kommentare und mit ein wenig Glück ist auch deine Gurke bald bei dir! Und jetzt wünsche ich euch noch frohe Weihnachten! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!